Hallo alle zusammen! Heute würde ich es gerne gerne meinen selbstgemachten Adventskalender vorzustellen. Das ist ein meditatives Adventskalender, wo Sie sich Tag zu Tag bereinigen, bei sich Probleme lösen und lernen, wie man mit der aktiven Meditation arbeitet und anwendet in Ihrem Leben. Dieser Kalender ist online, wird auf meiner Seite sein www.leitland.com Nach der Bezahlung Sie bekommen Zugang zu meiner Internetseite und schon am 1. Dezember können Sie Ihre Herzegeschenk aufmachen. Sie klicken auf das Herzegeschenk und bekommen Informationen als ein Video und Meditation nur für einen bestimmten Tag. Okay, ich habe alles gesagt. Menden Sie einfach diesen Adventskalender. Es ist ein super Geschenk für Sie sich selbst und auch für Ihre Umgebung. Machen Sie sich selbst frisch, energetisch getankt und mit neuen Informationen und auch geben Sie Ihrem Umgebung Möglichkeit, sich verändern und transformieren. Man kann auch sagen, dass es auch ein meditatives Kalender ist. Mit Ihnen war Leitland. Bestellen Sie diesen Kalender jetzt und Sie bekommen noch ein kleines Geschenk, eine kleine Meditation von uns zum neuen Jahr. Tschüss!